So war Dainichi, 72 cm männlich, wenn man da den Body anguckt, ist nicht schlecht für einen Mann, der ist noch in Gelb oder Weiß vom Kleber hier, das ist kein Problem, die haben wir hier noch auf Watt gekütert, also das Wasser ist auch noch nicht kalt, der ist noch frei, der hier in Dressrat 75 bis 80 kann er starten, für die Beliebhaber der männlichen Nia Huan Khoi, ein toller Sober.